Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. In den kommenden Stunden gibt es gleich drei Wettergefahren, die drohen. Und die drohen alle im Nordosten und Osten. Das heißt, wenn Sie etwa im Südwesten oder Süden wohnen, können Sie fast schon abschalten. Denn bei Ihnen sorgt ein stabiles Hoch in den kommenden Stunden weiterhin für eher ruhiges Wetter. Doch wer im Nordosten oder Osten wohnt, sollte dranbleiben. Denn es droht Glatteis, es droht kräftiger Schneefall. Und am Donnerstag kann es noch kräftige Sturmböen geben. Und die können dann vor allen Dingen den Weihnachtsmärkten zu einer echten Gefahr werden. Schauen wir uns mal die Großwetterlagenkarte an. Und dann sehen wir das Hoch-Uwe hier von den britischen Inseln bis in den Südwesten. Ja, und hier im Südwesten bleibt das Wetter eben relativ ruhig. Im Nordosten dagegen, da kommt mehr und mehr Tiefdruckeinfluss ins Spiel. Und er bringt dann morgen viele Wolken. Und das sind Wolkenfeld stellenweise Regen, teilweise aber auch Schnee. Und dieser Regen oder Schnee, der fällt dort lokal noch auf den gefrorenen Boden. Die Temperaturen liegen dort um die minus 1 bis minus 2 Grad. Und das heißt, morgen Mittag kann es dann in Berlin, in Brandenburg, in Sachsen, Anhalt, teilweise aber auch in Sachsen auf den Straßen gefährlich glatt werden. Eben durch Glatteis. Später zum Nachmittag hin gibt es weitgehend eine Beruhigung. Aber hier in Sachsen, da fällt weiterhin Schnee, teilweise bis in tiefe Lagen. Und so ab 200 bis 300 Meter, da muss man in Sachsen mit einer geschlossenen Schnee der Gerechnen. Das heißt, auf den Straßen kann es dort vor allen Dingen bis zum Abend hin ziemlich rutschig werden. Und weiter oben, so ab 600 bis 700 Meter, da drohen stellenweise sogar Schneeverwehungen. Ja, Schneeverwehungen durch kräftigen Wind. Und der Wind, der bläst vor allen Dingen am Donnerstag im Nordosten sehr, sehr stark. In Berlin und Brandenburg kann es teilweise Sturmböen geben. Zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde, da heißt es also Achtung auf den Weihnachtsmärkten. Vielleicht sollte man sogar überlegen, ob man nicht den ein oder anderen Weihnachtsmarkt eher schließen sollte. Denn es besteht die Gefahr, durch Windbruch die großen Tannenbäume, die teilweise aufgestellt sind, die können durchaus ins Wanken geraten und umstürzen. Sonst im großen Rest relativ wenig Wind. Wie gesagt, im Südwesten eher ruhiges Wetter. Da kann man sich also entspannt zurücklehnen. Mit diesen Worten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.